Musik September in St. Petersburg. Am frühen Morgen strömen die ersten Pendler in die historische Innenstadt. Der ehemalige Sitz des Zaren gilt nicht nur als Wiege des modernen Balletts. Er beherbergt auch die berühmteste Eislaufschule der Welt. Unzählige Stars sind aus ihr hervorgegangen. Auch Yevgeny Ploschenko, zur Zeit der beste Eiskünstläufer der Welt. Seine Fans nennen ihn Genia. Mit vier Jahren stand er zum ersten Mal auf dem Eis. Dann machte er eine Karriere, von der viele Kinder in Russland träumen. Es ist schon ein Privileg, sich zusammen mit dem Weltmeister aufzuwärmen. Gerade für Nachwuchstalente, wie den kleinen Arthur. Arturo und Genia, als der Elfjährige damals zum Probetraining kam, erkannte Michel sein Talent sofort. Mit 15 Nanjing. Er kamen ja an seiner ersten Weltmeisterschaft teil. Damals überraschte er mit seiner Vierfach-Dreifach-Kombination und gewann auf Anhieb Bronze. Sein größter Konkurrent kam damals aus derselben Schule. Alexeya Godin, ebenfalls ein Schüler bei Trainer Michin und immer eine Nasenlänge voraus. Es dauerte noch zwei Jahre, bis Genia ihm endlich den Rang ablaufen konnte und bei der Weltmeisterschaft 2001 seine erste Goldmedaille gewann. Schon mit 20 Jahren ist er zweifacher Weltmeister und dreifacher Europameister. Doch er weiß. Es ist die erste Trainingswoche nach der Sommerpause. Genias neue Schlittschuhe sind noch nicht optimal geschliffen. Ist das jetzt besser? Gib mal den zweiten. Warum macht ihr das? Da hat jemand zum ersten Mal Kufen geschliffen. Jetzt habe ich schon nachgeschliffen und er macht immer noch Kleben ins Eis. Also nochmal. Bleib zu stehen. Das ist das erste Mal, dass sie zu scharf geschliffen sind. Das stört bei den Bögen. Michin hat den jungen Choreografen Juri engagiert, der moderne Elemente in Genias für bringen soll. Das jahrelange harte Training geht auf die Gelenke. Genia macht sich Sorgen. Seine Knie machen Probleme. Dabei fordert die neue Kür seinen ganzen Einsatz. Denn Genia will auch in diesem Jahr wieder Weltmeister werden. 그래도 noch einen D Rinne warte. Bren, cool! Bis dahin. 12 EURS wenn du dichqui Requere THEYRED bei größten Grat ist auf Kina. Verkaufpaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaagerif! In der Mittagspause spricht Genia mit seinem Choreografen die neuen Elemente seiner Chöre durch. Im Flur treffen sie André. Die beiden haben schon mehrere Wettbewerbe zusammen durchgestanden. Ohne Schnellschuhe würde ich ihm bis hier reichen. Wie geht's? Was hast du gemacht? Wir waren zum Schaulaufen unterwegs. Und wie war's? Gab's ein Bankett? Na klar. Und hinterher ging's noch weiter. Wann hast du deinen ersten Wettbewerb? Im Oktober. Fahrt ihr nach Kanada? Nein, wir fahren zur Trophée La Ligue nach Paris. Ich wahrscheinlich auch. Die Idee für die neue Kür geht auf den legendären Tänzer Nijinsky zurück. Er gilt als ein Gott des Tanzes. Wir wollten ihm die Kür widmen. Bei diesen Bewegungen hat Nijinsky versucht, einen Menschen zweidimensional darzustellen. Ähnlich wie bei griechischen Fresken. Sein Körper zeigt nach vorn, selbst wenn er seitlich geht. So eine Bewegung. Er hat das auf der Bühne ausgedrückt und wir versuchen es auf dem Eis umzusetzen. Er hat die Idee dieser Kür sofort gefallen. Es ist eine wirkliche Verbindung von Kultur und Sport. Zurück in der Eishalle. Viel Zeit bleibt nicht mehr bis zum ersten großen Auftritt. Und immer noch sind einige Elemente unsicher. Da fehlen die Umsprünge. Und achte auf deine Beinstellung. Also nochmal und saubere, kräftige Wechsel. Einmal nur und dann kräftige Umsprünge. Jetzt zum Finale. Wir müssen es so ändern, dass er es auch umsetzen kann. Das nützt die tollste Choreografie, wenn man sie nicht laufen kann. Das bringt uns nicht weiter. Juri ist genervt. Immer wieder wird seine Choreografie in Frage gestellt. Die Drehung haben wir neulich geändert. Erinnerst du dich? Nein, nein, nein. Da muss Leben rein. Sonst bleibt diese Schrittfolge ganz blutleer. Ja, und wenn wir nichts da. Los nochmal. Wettlassen ist die Kunst. Eine gute Kühe ist wie ein Teig, der aufgeht. Sie muss sich entwickeln. Aber hier ist das ganz schnell. Ja, diese Bewegung sitzt einfach nicht. Dann mach es so. Das machen wir bloß mit dieser Bewegung, dieser Melone. Wisst ihr was? Auswerfen. Ja, wir werfen sie einfach raus. Ich bin ein Hausten. Und ich bin ein Hausten. Ich bin ein Hausten. Am Ende des Tages sind Genia und Machine ganz optimistisch. Die Wettbewerbssaison kann langsam beginnen. November. Zum Grand Prix-Turnier in Paris hat sich die internationale Eislauf-Elite versammelt. Kloschenko und Machine sind gespannt, wie die neue Kür ankommt. Das erste Training. Willkommene Gelegenheit für einen Blick auf die Konkurrenz, etwa den Franzosen Brian Joubert. Seine Schrittfolgen erinnern sehr an Genias früheren Gegner Alexej Jagoudin. Man beäuft sich und bleibt auf Distanz. Freundschaften sind in diesem Geschäft selten. Genia ist heute gut aufgelegt. Normalerweise ist der vor einem Wettbewerb für niemanden zu sprechen. Seid ihr soweit? Klar freue ich mich auf die Saison. Ich möchte meine dritte Weltmeisterschaft gewinnen und davor natürlich meinen vierten Europameistertitel holen. Aber mein größter Traum sind die Olympischen Spiele. Ich will die Goldmedaille tragen und zwar genau hier, diese große Medaille. Bisher habe ich eine Säule geholt. Also, ich brauche die Goldmedaille. Das ist mein Traum. Das ist alles, was ich will. Am Abend ist die Halle sehr gut besucht. Zum ersten Mal in dieser Saison treffen die hochkarätigen Läufer aufeinander. Inzwischen ist es amtlich. Ausgerechnet Plushenkos alter Rivale Jagoudin berät Brian Joubert. Und der Franzose soll sich enorm verbessert haben. Genial startet wie immer am Ende. In der Gruppe der besten Läufer. Nun muss sich zeigen, ob die Sprünge sitzen. Und vor allem, ob die neue Kür einschlägt. All�ierие Dien Char Falls. So ein Shooter Diener Giust. Ich Gonnais. So ein Shooter Diener bin. So ein Shooter Diener. So ein Shooter Diener. alerts Sie. guessing ist das Allianz vorhersehen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das Publikum ist begeistert und auch die Preisrichter. Es geht nicht. Jevgeni führt. Zunächst. Denn jetzt kommt Brian Joubert. Doch er hat Pech. Durch seine schlechte Ausgangsposition nach dem Kurzprogramm bleibt ihm nur der vierte Rang. Der Gewinner des Abends heißt Jevgeni Ploschenko. Genia hat wieder einmal gesiegt. Aber ein neuer Konkurrent ist ihm gefährlich nahe gekommen. Das weiß er. Und das wissen seit heute auch die Preisrichter. Im Hotel warten die Fans. Klar, dass Genia Zeit für sie hat. Obwohl er eigentlich lieber mit der Pizza in seinem Zimmer abtauchen würde. Später im Hotel treffen sich die St. Petersburger. Jevgeni Ploschenko, der bei den Herren den ersten Platz gemacht hat, gibt Autogramme und genießt mit seinen Trainern Machine den Erfolg. Wika kann ihre Enttäuschung über den verpatzten Auftritt kaum verbergen. Von ihrem Partner Andrei ist nichts zu sehen. Trainer Machine versucht sie aufzuheitern. Wenn du gehst, nimm Wika mit. Ja klar, gern. Lass uns gehen. Andrei kommt sowieso nicht mehr. Wir gehen zusammen in eine Show. Das wird bestimmt interessant. Wie lange bleibt ihr denn? Lange, bis morgen früh natürlich. Muss ich mich umziehen? Nimm einfach noch eine Jacke mit und beeil dich. Dieses Mädchen kann man doch gar nicht entstellen. Sie ist viel zu hübsch. Es geht nur bei dir, wenn du dich schlecht ansiehst. Also los, verschwinde, totalisiert euch. Und dann soll die nächste Rheinmeisterschaften im Eiskunstlauf. Kaum eine Sportart ist hier populärer. Für Yevgeny Ploschenko, den amtierenden Weltmeister, ist der Auftritt in St. Petersburg ein Heimspiel. Der Eislaufstar wird besonders von den weiblichen Fans verehrt. Schon viermal hat Yevgeny die russischen Meisterschaften gewonnen. Doch in dieser Saison hat er Probleme mit dem Knie. Trainer Alexey Mischin rät Yevgeny nicht alles zu riskieren. Aber kann man das von dem Lokalmatador erwarten? Vor heimischem Publikum? Die Fans rufen ungeduldig seine Spitznamen. Genial. Bis er endlich die Arena weckert. Tag für Erreiter! Tag für Erreiter! Tag für Erreiter! Tag für Erreiter hier. Tag für Erreiter! Tag für Erreiter! Tag für Tatsache, wird sein Supp meaning. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier ist der Idol für unzählige Fans, die stundenlang in der Kälte ausharren, um wenigstens ein Autogramm von ihm zu erhaschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Evgeny ist heute spät dran und muss sich sputen. Trainer Mischin, der Eisprofessor, wartet nicht gerne. Es muss alles in eine Schachtel. Geht das hierhin, sonst finden wir am Ende nichts wieder. Spielen Sie jetzt ruhig ihre Musik, verehrte Kollegen. Auf dem Eisübgift gehen die Biemann-Pirouette. Er ist der erste Mann, der sie beherrscht. Er muss die Biemann machen, unbedingt. Das gehört zum Training. Aber auch für ihn wird es zunehmend schwieriger, den Rücken derart durchzubiegen. Letztes Jahr hat er die Biemann fünfmal gemacht, aber nur bei Wettbewerben. Geht das Bein nach hinten, damit du dich schneller drehst? Nein, nicht so. Was machst du denn da? Ich habe den Ring gemacht. Ich kann den Rücken heute nicht so liegen. Es tut einfach zu weh. Das ist nicht zu meinem Rücken. Das können die kleinen Mädchen machen. Komm, du machst sie jetzt wenigstens noch einmal. Nein, nein, nein. Lass etwas Luft. Was ist das für eine Bewegung? Es steht hier aber dort. Schon wieder? Ach schon. Wir haben doch schon dies und das. Ruhe jetzt. Denk an diese Handhaltung bei der Rückwärtsperiolette. Denk immer daran bei der Periolette. Bis jetzt. Alles war mir schuld. Denk an die Handhaltung. Also gut, das war's für heute. Juri, danke. Im Moment macht mir meine Gesundheit zu schaffen. Ich habe Schmerzen im Knie und muss mich operieren lassen. Nach dem Grand Prix Finale war ich beim Arzt. Er meint die Operation nicht sein. Außerdem habe ich Rückenprobleme. Besonders mit dem Ischiavner. Das ist wirklich eine ernste Sache. Ich muss versuchen, mit diesen Problemen klar zu kommen. Genia weiß, seine Zeit an der Weltspitze ist begrenzt. Er muss vorsorgen für die Zukunft. So ist er nach dem Training noch unterwegs zu weiteren Verpflichtungen. Eine St. Petersburger Zeitung hat ein Preisausschreiben veranstaltet. Für die 22 Gewinnerinnen erfüllt sich ein langersehnter Traum. Einen Abend mit ihrem Idolen Genia zu verbringen. Ich setze mich neben den Kleinen. Hier sitze ich richtig. Einmal hat mich jemand beim Training fotografiert. Ich habe gerade einen Sprung gemacht und mitten in der Drehung kam der Blick. Ich habe mich erschreckt und bin gestorzt. Zum Glück habe ich mich nicht verletzt. Während sich Genia für die Fotoalben ablichten lässt, macht sich Trainer Mischin schon Gedanken, wie es weitergehen soll. Nun erwarten sie die Konkurrenz der Herren. In der Eishalle macht sich die Gruppe der besten Läufer bereit. Darunter auch Yves Genin und sein französischer Widersacher Brian Joubert. Er hatte schon im Vorfeld die Aufmerksamkeit der Presse auf sich gezogen. Die Medien sprechen von einem neuen Zweikampf. Beim Warnlaufen hält sich Yves Genin zunächst bedenkt. Während sich seine Konkurrenten unbeschwert einspringen. Im Kurzprogramm muss jedes Element sitzen. Jetzt ist alles reine Merkensache. Und da ist sie, die erste kleine Verunsicherung. Aber Yves Genin kann sich wieder fangen. Und da ist sie, die nächste lecturer zu verarbeiten. Und da ist sie, die Räume wetter. Und da ist sie, die provocation. Und da ist sie. Und da ist sie, die jurier. Und da ist sie. Und da ist sie, die Zeit. Und da sind sie, die andere Angelegenheit. Potemlunde, das ist das für die Herausforderung. Jubel und Erleichterung. Aber nun richten sich alle Augen auf polnische Bär. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kurzprogramm den ersten Platz belegt. Heute will er mit der Kür seinen Europameistertitel verteidigen. Doch sein Vorsprung nach dem Kurzprogramm ist knapp. Sein größter Konkurrent ist Brian Joubert, der französische Shootingstar. Er wirkt erstaunlich selbstsicher. Ein harter Brocken für Yevgeny, der sich durch diese Glanzleistung nun nicht irritieren lassen darf. Renermischen lässt sich die Anspannung nicht anmerken. Brian Joubert verfolgt von der Pressetribüne aus die Entscheidung. Die Anspannung nicht anmerken. 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 Es geschieht das Unglaubliche. Yevgeny Ploschenko stürzt beim Achsel. Jetzt muss er alles riskieren. Applaus vom Publikum. Aber alle sind schockiert. So haben sie den Weltmeister noch nie gesehen. Trainer Mischin und Genia wissen, dass sie den Titel verloren haben. Anmerken lassen wollen sie sich ihre Enttäuschung aber nicht. Die Sensation ist perfekt. Brian Joubert als neuer Europameister. Ich werde jetzt nicht in Tränen ausbrechen. So ist es eben im Sport. Brian Joubert ist heute super gesprungen. Er ist viel besser gelaufen als ich. Gut für ihn. So ist es nun mal im Sport. Er hätte es gewinnen können, aber er wollte unbedingt einen neuen Rekord aufstellen. Das ist ihm nicht geglückt. Nächstes Mal wird er es schaffen. Yevgeny Ploschenko hat nach der Europameisterschaft einige Tage pausiert. Aber immer wieder fragt er sich, wie dieser unerklärliche Aussetzer geschehen konnte. Alle haben mich gewarnt. Mein Agent, der Trainer und Freunde. Der Druck wird riesig. Brian Joubert wird da sein. Er wird von Jagudin beraten. Aber ich war überhaupt nicht nervös. Im Gegenteil. Ich war entspannt. Und die Verletzung war es auch nicht. Ich glaube, ich habe es einfach zu lässig gesehen. Es war ein Problem im Kopf. So ist der Sport. Viele sagen, ein Sportler auf wirklich hohem Niveau darf sich nicht mehr entspannen. Dann wird man sofort von der Konkurrenz weggefegt. Deswegen darf man sich im Leistungssport nie entspannen. Das führt nur dazu, dass man seine Gegner unterschefst. Natürlich spüre ich die Verletzungen an den Knien und an meinem Rücken. Alle guten Sportler sind dauernd verletzt. Beim Training passiert oft etwas. Ich habe gelernt, damit zu leben. Früher dachte ich bei jeder Kleinigkeit, jetzt musst du aufhören. Aber ich habe mich an die Schmerzen gewöhnt. Ich habe die ganze Saison über durchgehalten. Jetzt kommt nur noch ein Wettbewerb. Alles wird gut. Das hofft auch sein Trainer Mischin. Auch Arturs großes Vorbild, der Eislaufstar Evgeny Ploschenko, versäumt keine Trainingsstunde. Er bereitet sich zusammen mit seinem Trainer Alexej Mischin auf den Höhepunkt der Saison vor. Die Weltmeisterschaften stehen unmittelbar vor der Tür. Körperlich ist Evgeny angeschlagen. Aber nach der verpatzten Europameisterschaft will er mit aller Kraft auf die Revanche hinarbeiten. Trainer Mischin ist mit Evgenys Einsatz zufrieden. Doch wie lange wird sein Körper mitspielen? Auch in Deutschland scheint der Frühling noch das Finale der Eislaufsaison abzuwarten. Bei frostigen Temperaturen werden in Dortmund die Weltmeisterschaften eröffnet. Eisläufer und Fans aus der ganzen Welt versammeln sich in der Westfalenhalle. Beim letzten Training trifft Evgeny auf seine Konkurrenten. Wie den deutschen Stefan Lindemann, der auf einen der vorderen Plätze hofft. Vor allem aber den frisch gekürten Europameister Brian Joubert. Während sich Evgeny aufwärmt, nutzt Schameur Mischin die Gunst der Stunde, um seine internationalen Kontakte zu pflegen. Bei den Europameisterschaften vor ein paar Wochen hatten Evgenys Nerven überraschend versagt und er war gestürzt. Brian Joubert konnte ihm den Titel entreißen. Am Vorabend der Entscheidung zeigt der junge Franzose demonstrativ Gelassenheit. Am nächsten Tag strömen die Fans frühzeitig in die Arena, um die Entscheidung bei den Herren nicht zu verpassen. Nach Joubert's sensationellem Sieg bei der Europameisterschaft sind alle gespannt, ob sich Plushenko heute revanchieren kann. In den Katakomben steigt die Anspannung der Kontrahenten. Evgeny laboriert immer noch an seiner Knieverletzung. Aber er weiß so gut wie Joubert, dass heute vor allem die besseren Nerven entscheiden. Zunächst muss Stefan Lindemann aufs Eis. Er hatte auf Platz 10 gehofft. Und er erreicht einen unglaublichen dritten Platz. Doch in die Entscheidung um den Titel vermag er nicht einzugreifen. Nächster Läufer aus Frankreich. Repräsentant Franz, Brian Joubert. Evgeny weiß, dass es schwer wird, gegen Joubert's Kür anzukommen. Er muss all seine Höchstschwierigkeiten dagegen setzen. Er wird das schon mal überraschend gegeben. Danke. Jäfken Jäfken Jäfken. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Evgeni ist brillant gelaufen. Bis zu seinem Ausrutscher. Wie viele Abzüge wird er kosten? Knapp, aber insgesamt verdient wird Evgeni zum dritten Mal Weltmeister. Die Anspannung der letzten Monate löst sich. Jetzt bin ich, Floschenko, Russland, Russia. Ich bin froh, sich endlich ausruhen zu können. Erst heute kann er nach St. Petersburg zurückkehren. Ich fühle mich sehr erschöpft und müde. Aber es geht schon besser. Ich hatte eine Lungenentzündung und eine starke Mittelohrentzündung und war deswegen in Moskau im Krankenhaus. Jetzt fahre ich zu meinem Arzt hier in St. Petersburg. Denn ich höre auf dem rechten Ohr schlechter und das rechte Auge ist auch nicht in Ordnung. Das ist eine ziemlich unangenehme Sache. Deshalb ist an Eislaufen im Moment nicht zu denken. Ich muss mich erholen. Ich möchte noch mal um Verzeihung bitten, dass ich heute nicht auftreten kann. Vielen Dank an alle, die zu mir gehalten haben, die mich medizinisch betreut und die ganze Zeit unterstützt haben. Danke. Ich liebe euch. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020